Jeder Musiker von uns macht das aus dem Herzen gern und wir sind eine große Familie. In meiner Generation ist es nicht so verbreitet, dass man schwäbische Musik hört und ich finde es einfach was Besonderes. Ich tanze auch sehr gern, also Musik spielt in meinem Leben auf jeden Fall eine große Rolle. Ich bin Violonistin bei Grad raus. Ich bin Violonistin bei Grad raus.